Oh, ich muss sterben. Ah, geil. Warte mal, das ist das? Ich muss erstmal hier... ...gucken. Das, das ist das. Okay. In dem Fall besser. Hast du mir jetzt ja schon wieder geklaut. Oha. Na ja, das hat man schon gemacht. Ja. Ich wollte das nur mal ungeklärt, als ich selbst war. Oh, kacke. Was ist denn gemacht? Oh. Klicke. Ja. Na dann schlum. Oder auch nicht. Machen wir jetzt so. Ich wieder. Warte mal gucken wie die Aussicht da unten ist. Hm. Da oben ist die Tür. Geht natürlich nicht auf. Wollst du da rüber oder holst du erst hier hoch? Äh hoch ja. Ähm. Ich muss erst gucken wo der Knopf dafür ist. Geh mal weg. Ich dachte es wäre besser. Da braucht man noch nicht hoch. Oh Gott ist jetzt aufhören. Hm. Ja das Tor. Man kann hier wieder zurück. Gehen. Jetzt kannst du den Chester mal machen. Oder? Ja dann geht er mal hoch. Ja da oben ist ein Schalter oder sowas. Ne. Ich komme ja nicht weiter. Ok ich komme. Ja und schon wieder ins Wasser. Hallo. Ich bin. Ja. 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 Dann geht mal drüben. Was ist er für heute? Oh ne Ach, gibt mir hier noch eine goldene Ja, das macht gleich gut, wenn ich loslasse Na ja, kommt ja eh ne neuer dann Ah, ok Ähm So Muss auf den anderen Stein Boah Oh Hoppala Jetzt muss ich aber hier raus Weil ich muss da irgendwie mitrennen Glaube ich Jetzt muss ich hier runter Ach, sie ist da runter Ja, ich komme da leider gerade nicht mit Ah, scheiße Weil du musst da lang laufen und ich muss da mit Wenn du glaubst Oh je Komm, ich gehe nicht mehr weg, ey Scheiße Na Na, lass ja Ja Na Bei mir Hoffentlich partest du bei mir und nicht irgendwo anders Hm Ja Na gut Da muss ich mit schwimmen, glaube ich Na, geht nur auch Hö Ach Hä Das war's für heute. raus genau da hoch genug ja, bin dabei jetzt komme ich da gerade nicht mehr raus weg weg oh, geil nein f*** normal ja, stimmt, können wir auch da lang stimmt ach, da ist auch so ein Ding ja, okay das ist halt nicht so weit Da kommt man doch oft auf, wo du jetzt rauskriegst. Nein, diese Kugel. Was ist denn mit der Kugel? Ach, die ist hochgegangen. Ja, genau. Die müssen jetzt gleich rein. Ah, ok. Alles klar. Ich halte aber fest. Oh, die ist schon gelb, ey. Ja. Bis drüben. Bei B wollte ich die Kugel drücken. Dann komm. Wir finden den Scheiß. Gut. Ey, cool. Kann man denn hier schön halten? Hm. Wo muss die hin? Boah. Ah, jetzt hast du die angepasst. Na egal. Muss ich ja nicht anfassen. Ja, wo sollen die denn jetzt hin? Die muss nach oben nur weg. Oh ne, da. Mach mal da hoch. Ähm. Oh, scheiße. Warte mal. Na, kacke. Ja. Die ist schon rot, ey. Warte mal. Oh, Mist, ey. Läuft. Oh Gott, ey. Warte mal. Können wir nicht hier irgendwie hoch, oder so? Hm, hm. Oh ne. Allerdings. Läuft mal rein. Oh, komm. ja ich muss man die jesu hinnehmen ja, geh hoch ja und wo? wo jetzt weiter? hol mal das ding runter ja, dann mach die bombe bumm ne ne ja, mach die bombe bumm ja, dann müssen wir ja schnell machen die muss nämlich dann da hoch und dann und dann rüber springen die bombe müssen wir dann rüber springen die bombe dann rüber springen das ist aber kompliziert Okay, um, uh... Summer. du gehst mit ja ja und runter ach so da exaktiviert hier aber ach man Oh, das war's nicht. Scheiße. Das hätte ich da hin müssen, ey. Der Weg ist ja gut zusammengekommen. Ja, das reicht wohl gerade eben. Gerade so, ne? Hm. Wow. Gibt's doch nicht, ey. Oh, das ist ein Geld, ey. Oh, das ist ein Geld, ey. Hm. Du musst mit der Bombe hoch, ne? Boah. Ey, das ist doch Wahnsinn. Hm. Ja. Hm. Ja. Finde ich auf dem Eimer. Moment. Komm. Beeil mich. Komm. Komm. Ich muss mit eh mal rüber her. Ja. die steht unten auch nicht das darf doch nicht wahr sein hat ja so schön geklappt bis dahin und da oben rein 4 5 anläufiger haben die leute wieder zu lachen ja so ist ja alles perfekt hier ja 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 ja